Was geht, Leute? Mein Name ist Lothar Danny. Das ist der... Willkommen back zu einem neuen Video. Heute spielen wir The Bug Butcher. Ein Spiel, was ich auf Steam gefunden habe. Ich wollte es normalerweise mit Sniley spielen. Allerdings habe ich damit gemerkt, dass es keinen Multiplayer hat, sondern ein Multiplayer, der im lokalen Modus funktioniert. Also, wenn jemand neben euch sitzt, was ziemlich nervig ist. Deswegen werde ich einfach Einzelspieler spielen und alleine mein Leben genießen, wie ich es immer wieder tue. Okay, ich habe es ganz kurz gespielt. Ich fange einfach von 1 an, weil ich habe es nur ganz kurz gespielt und ich habe es irgendwie nicht mehr in Erinnerung. Das Spiel ist mir jetzt neu. Kann ich, kann ich... Ah, okay, jetzt geht es. Floor 1. Vergiss nicht, du kannst auch deine Feuer-Taste gedrückt halten, um automatisch zu feuern, schon in deinem Controller. Ja, okay, keine Sorge. Ähm, ready? Ja. Okay, wie kann ich genau so... Ich kann nur noch umschießen, das weiß ich, glaube ich. Kann ich noch was anderes? Ah, genau, ich kann auch das hier tun. Oh Gott. Okay, die Teile kommen jetzt. Äh, oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier tue. Die Teile kommen von... Oh, meine Waffe. Oh, da oben. Da oben gibt es ein Vieh. Oh Gott, das ist... Man kann nur noch umschießen lassen, das Ding. Und von oben kommen Sachen angeflogen. Ich habe selber keine Ahnung, was ich da tue. Oh Gott. Und man darf sich nicht von denen treffen lassen. Okay, nein. Stirb, du. Elektro... Was auch immer du bist. Fliege. Oh Gott, oh Gott. Ich mache das gut. Ich kann die Sachen aufheben. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es ist auch erst das erste Level. Wahrscheinlich wird es ja noch schwerer oder sowas. Was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Stop, stop. Verdammt. Wo ist mein Leben? Aber das ist Wave 1 erst. Okay, Moment mal. Äh, das ist ja das erste Level. Und das erste Level hat mehrere Waves oder was. Ich habe keine Ahnung. Nice. Wir haben ihn. Gut. Gott, hier gibt es viele Viecher. Oh Gott. Mir wird sogar angezeigt, von wo er kommt. Und ich habe wieder... Oh, ich sehe es gerade. Ich habe nur drei Leben. Das heißt... Oh, da ist jemand. Ja, ich helfe dir. Ich helfe dir, Bro. Habe ich dir geholfen? Natürlich. Wenn ich da, weißt du doch. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich glaube, ich muss hier einfach nur verteidigen. Was macht ihr da? Er arbeitet an da irgendwas. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht. Oh, Wave cleared. Yay. Upgrades available. Okay. Oh, ich sehe es. Das Spiel ist davon ein auf die Antisekunde besser geworden, weil wenn man Upgrades haben kann, seine Waffe sogar verbessern kann. Laserbeam schießt ein starker Energiestrahl in den Himmel. Wie Punkte habe ich? 55. Verdammter Mist. Gatlinggan schießt ein Inferno an Kugeln. Trifft viele Gegner auf einmal. Starkstrom. Das ist cool. Soll ich sparen? Ah, ich kann das kaufen. Ich glaube, das hier was soll's. Und jetzt? Was soll ich? Oh, ich sehe es. Ups. Das wollte ich gar nicht. Verdammter Mist. Ja, ja. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Keine Panik. Lass sie in Ruhe. Das ist richtig, du kleine Pussy. Gebt mir die ganzen Käuze. Das ist wichtig. Und das ist cool, als erwartet jetzt. Ohne Scheiß. Weil ich denke, man wird auch andere Kreaturen haben. Und ich bekomme hier die Punkte, Baby. Das will ich sehen. Oh Gott, schon wieder? Das ist ein Scheißernst? Verpiss dich. Das sind mir deine Punkte. Und lass mein Freund in Ruhe. Das ist nicht dein Freund. Das ist mein Freund. Das ist richtig. Sterbt. Oh Gott, das ist gefährlich. Obwohl die nur mit einem Schuss sterben. Das ist trotzdem gefährlich. Sterbt. Oh Gott. Alter, kannst du bitte... Kannst du dich bitte verpissen? Einfach mal... Wow. You died. Wave 2. Okay. Lass uns mal kurz zurückgehen. Und es gibt hier noch... Wie ihr seht... Das ist das andere Level. Ich glaube, das ist ein anderes Level. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß... Ich glaube, ich komme... Okay. Moment mal. Ich benutze mal die Maus. Hier seht ihr zwei. Greenhouse. Das war Machine Room. Lass uns mal das hier spielen. Greenhouse. Und versuchen wir uns dafür zu verbessern. Weil das geht. Was ziemlich cool ist. Ich habe Play. Floor 2. Vergiss nicht. Du kannst auch... Ja, bla, bla, bla. Das ist nämlich nicht. Okay. Neues... Neues Level. Wie Punkte habe ich? Habe ich 1 auf 0 Punkte? Habe ich immer noch die... Oh mein Gott. Ich habe es immer nicht freigestellt. Wieso nicht? Ey, das verstehe ich gar nicht. Okay. Ich mache es einfach nochmal. Was soll's? Hier gibt es mir die ganzen Punkte. Aber ich verstehe nicht, wieso ich meine Punkte nicht behalten habe. Keine Ahnung. Aber das ist sowas wie... Wände. Die einen aufhalten können. Dies ist aber jetzt wesentlich schwerer, wenn es die Wände gibt. Weil die so... Man kann... Man kann nicht wirklich einschätzen, wann sie angehen. Obwohl... Obwohl, wenn ich sie berühre, gehen sie aus, glaube ich. Ja. Ich muss sie länger berühren, damit sie ausgehen. Was sind ziemlich nachhaltig? Und es legt ein bisschen. Hör aufzulegen. So ein Spiel darf nicht legen. Wenn so ein Spiel laggt, ist es verboten. Ah, ich verstehe jetzt. Kann das sein, dass es so eine Art Zombie... Wie Zombies bei Call of Duty ist? Wo man so ein Level überstehen muss? Aber wenn man zum Beispiel eine Waffe in Call of Duty bekommt bei Zombies... Dann stört man trotzdem. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also... Dann muss man halt nochmal von vorne anfangen. Ich glaube, das könnte so ein Spiel sein. In so einer Art. Jetzt habe ich 65 Punkte. Und jetzt kann ich mir... Was kaufen. Äh... Ich nehme einfach das hier. Nein, nicht retry. Nein, 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 nein. Habe ich jetzt? Ich glaube, ich habe es. Northern of Coins? Ich habe es doch gekauft jetzt, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Habe ich die Waffe jetzt? Doch, ich verstehe es nicht. Störb! Das ist richtig. Was ist das hier? Das ist ein Leben? Ich will ein extra Leben haben. Bitte. Oh nein, die sind echt scheiße. Alter, stirbt einfach. Jeder einzelne... Oh Gott. Kann ich... Nein, 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 nein. Ein... Oh, ich bin tot. Ist das dein Ernst? Ich bin schon wieder tot. Wave 0. Wave 1. Verdammt, ich muss echt besser werden in dem Spiel. Robotics Bay. Lass uns mal das spielen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber... Mal schauen. Äh, jeder Münze adiert sich zu deinem Score. Blablabla. Oh, ja, ja, natürlich. Okay, also... Ich weiß... Das kann man halt zu zweit spielen. Das ist halt ziemlich cool. Äh, die Stirn juckt. So, kannst du bitte... Nein. What the fuck ist das? Oh, das kann ich nicht stören? Alter, das ist ja voll frustrierend. Oh my God, die fliegen sogar... Ich meine, ein Vorteil hat es. Äh, diese Plattform halten euch sicher. Aber... Sie sind auch... Nicht ohne. Da habe ich genug Punkte. Neu, 30 Punkte habe ich. Was eine Menge ist. Okay, gut. Gehen wir die ganzen Punkte. Ich werde sie alle aufsammeln. Was ist das mit der Zeit? Habe ich da bestimmte Zeit nur? Er wisst ja, es fällt mir schwer auf alles zu gucken, weil... Weil, äh, ich... Ich versuche mich entweder auf... Ich versuche mich auf das Geschehen zu konzentrieren. Was gerade hier vor meinem Gesicht... Gesicht geschieht. Und ich wundere, dass ich das ganze Leben verliere. Und ich habe mehr Geld. Lass uns mal Rocket Launcher kaufen. 9,5 Coins. Halt deine Schnauze. Ich habe doch gerade... Habe ich nicht genug Coins? Das steht doch 106. Sind das nicht Coins? Oh, von unten. Verdammter Mist. Wow. Was passiert? Er ist gestorben. Okay, er darf nicht sterben. Gut zu wissen. Ich bin echt richtig schlecht im Spiel. Sorry dafür, aber... Ich muss es selber kennenlernen. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Okay, dieses Mal... Will ich aber richtig spielen. Also jetzt... Ich starte nochmal bei Level 1. Und dann will ich vernünftig und richtig spielen. Und gucken, wie ich... Oh, wow. Du Arschloch. Äh, weil... Ich will lag das ab und zu mal. Wir müssen aufpassen, dass dieser kleine Kerl hier... Der da irgendwas tut... Ich habe selber keine Ahnung, was er macht. Aber er ist wichtig. Wir müssen achten, dass er nicht stirbt. Wir müssen diese Wesen hier zerstören. Ich bin echt schlecht in dem Spiel. Stirbt. Nice. Immer die Punkte. Wie Punkte habe ich jetzt? 17. Ich weiß nicht, wo ich die Punkte sehe. Oben links steht 47. Aber das sind anscheinend dann nicht die Punkte. Das weiß ich, ob das... Oh nein, verpiss dich. Verpiss dich, verpiss dich. Hat er Leben oder so, der Kerl? Ich glaube, er müsste Leben haben. Und diese Teile soll ich sofort... Und schnellstmöglich töten. Hol ich hier diesen auch gefährlich. Am besten so schnell wie möglich töten. Oder da geht es wieder los. Lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Oh nice. Gehe weiter arbeiten, mein Freund. Stirb, stirb, stirb. 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 Am besten dauerhaft schießen. Oh Gott. Oh Gott, nice. Wir haben ihn gesettet. Oh, das ist intense. Okay, wie viele Punkte habe ich? 50. Jetzt habe ich genug. Lightning Gun. Ich kann auch den Scheiß. Yay. Oh, es hat sich verbessert. Oh, bin ich jetzt stärker? Ich habe dann irgendwie für eine kurze Zeit nur Lightning Gun. Habe ich jetzt die Waffe oder nicht? Yay. Wave cleared. Bla, bla, bla. Oh mein Gott, ich bin schon wieder tot. Das pisst mich so an. Ich sterbe so schnell. Oh, ich bin so durcheinander. Verdammter Mist. Ich will nochmal spielen. Nein, retry. Ja. Return to current level. Bla, bla, bla. Ist okay. Wir wissen Bescheid. Arschloch. Ah, ich verstehe jetzt. Und zwar, es gibt immer so manche, die lassen sowas Blaues fallen. Weiß nicht genau, wer das tut. Aber manchmal ist sowas Blaues dort. By the way, was soll ich verbessern? Gatling Gun. Ich habe keine. Ich nehme einfach das hier. Das ist teurer. 70 Rockets. Free Speed Injection. Kann für ein paar Sekunden schneller laufen. Okay. Auf jeden Fall sind hier viele München. Das kann ich sagen. Was schon mal sehr gut ist. Seht ihr? Da war sowas Blaues. Oh mein Gott. Was ist das? Habt ihr es gesehen? Was? Oh mein Gott. Ich hatte es leider nur für vier Sekunden. Oh, jetzt bin ich viel besser. Wie viele Punkte habe ich? 42. Wisst ihr was, da ich 42 Punkte habe? Ich habe besser war das hier Gatling Gun. Habe ich das jetzt für immer? Oder ich verstehe nicht. Das Blaue, das Blaue. Das ist so eine Art Leben. Oh nein, 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 nein. Diese Teile ass ich. Oh Gott. Okay, nice. Wir haben es. Ein Leben. Ich habe Leben dazu bekommen. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, was das war. Kann ich vielleicht mehr Punkte bekommen? Störbt. Gib mir Leben. Gib mir Leben. Feuer. Okay, okay, gut. Sobald wir ihn schreien hören, bedeutet das, er wurde entführt und wir müssen ihm helfen. Nice. Oh, cool. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr, sehr cool jetzt. Das Spiel macht Spaß. Und es hat ein großes Suchtpotenzial. Das muss ich jetzt mal so sagen. Man muss es selber gespielt haben, um es zu verstehen, schätze ich mal. Wo ist der Typ überhaupt? Ich bin gar nicht mehr da. Ich bin ganz alleine. Time Bonus. Wave cleared. Yay. Okay. Okay, komm mal raus. Stirb. Du, ah. Oh, von unten. Oh, ich werde langsam besser in dem Spiel. What the fuck ist das? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts gefährliches. Okay, ich denke, es wird Zeit. Punkte habe ich 72. Wollen wir was erhöhen? Speed Injection. Freeze. Friert für einen kleinen Augenblick alle gegenein. Okay, mal schauen. Hä? Aber er hat gar nicht alle gegenein geflogen. Wie kann ich das einsetzen, dieses Skills? Das würde ich wissen. Wie kann ich die Skills einsetzen? Okay, was kann ich drücken? Kann ich einfach retry? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste mal upgrade. Ich weiß nicht, wie ich das einsetzen soll. Vielleicht. Nein, 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 nein. Ich muss mal. Ich drücke mal ein paar Sachen hier. Oh, was ist das? Das ist cool. Seht ihr das? Wie kann ich das einsetzen? Wow. Wow, das ist zwar krass. Wie kann ich die gleiche einfrieren? Was soll das heißen? Das ist mein Problem, was ich nicht weiß, leider. Sorry. Aber ich bin schon my way dry. Das ist mein Bestes. Ich bin gut im Videospiel. Seht ihr, wie gut ich im Videospiel bin? Oh ja, ich bin der Beste im Videospiel. Oh, Mario Block. What the fuck? Jesus Christ. Ich bin auf Drogen. Oh, hi. Fick dich. Wow. Okay, jetzt geht's los. Ich verstehe den Sinn und den Zweck des Spieles. Naja, nicht ganz. Ich verstehe es ein bisschen zumindest. Das ist das, was das cool ist. Oh Gott. War knapp. Lass dich nicht treffen. Nice. Man muss wirklich lernen, wohin die schießen. Weil, das ist wie bei der Beinung auf Isaac, dieselben Monster schießen an dieselbe Stelle. Speed Injection. Kann für ein paar Sekunden schneller laufen, wieso nicht? Ja, aber wo ist das denn jetzt? Ich verstehe, wie ich mir das injecten kann jetzt. Wie kann ich mir die Spitze geben? Wie kann ich mir die Drogen einsplitzen? Wie kann ich mir die Drogen injecten? Kann mir das jemand sagen? Oh, das war knapp. Okay, nice. Oh, ich bekomme wie viele Punkte. Ich mag das Spiel. Es lag aber zumal das Nerven ein bisschen. Ich mag es gar nicht. Wenn solche Spiele so einfach mal lägen. Bist du euch? Keiner mag euch. Das ist richtig, ihr Pussis. Das ist richtig. Oh, ich brauche auf jeden Fall ein Leben mehr. Nice. Yay. Oh. Hier muss man aufpassen. What the fuck ist das? Oh, die Teile sterben viel schneller. Viel langsamer, meine ich. Ich habe ein bisschen Leben dazu bekommen. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Oh Gott, von unten. Au. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin gestorben. Wow. Okay. Das war das Game. Also das ist das Game. Ähm. Ich habe auch mal was falsch gemacht. Wenn ihr wisst, was schreibt es in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare, seitdem ich die App habe, wieder. Äh, seitdem ich wieder vernünftig Kommentare lesen kann. Äh, übrigens, der Typ war weg im Vorhiering-Part. Ich werde aber das jetzt hier verlassen. Ich weiß nicht, was ich hätte tun sollen, damit, ähm, ja. Übrigens, man kann das sogar auf Hard spielen. Das ist sowas wie... Von welchem Entwickler ist das eigentlich? Ich habe gar nicht geguckt, aber das ist sowas wie... The Binding of Isaac irgendwie. Verstehe, was ich meine? So, klickt zwar jetzt komisch, aber es gibt Monster. Man kann jetzt auch auf Hard und Mittel spielen. Und es ist sehr, sehr... Spezifisch, finde ich. Irgendwie so ein sehr, sehr eigenes Spiel. Ich werde zu erklären, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also, vielen Dank, was deine Schauen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt, wie... Badass! Ihr seid ein leckeres Video. Schau auf meinem Kanal von mehr Videos, die ich nicht bezogen habe. Und abonniert ihr euch jetzt, um euch das zu beurteilen. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich, wie man nur noch 3, 2, 1, Schock! Was geht mit euch? Mein Name ist Danny Justine! Okay, willkommen back to The Binding of my final. Hier ist die Asi Maravilla. Ja!